Hey da draußen, hier ist euer Strong von Strong & Flex TV und heute gibt es eine schöne kleine Übung, um den Overhead Reach, also die Fähigkeit den Arm über Kopf zu bringen, zu verbessern, als auch die Körperhaltung etwas aufzurichten. Okay, also folgende Übung geht auch so ein bisschen Richtung Agonist-Antagonist-Stretching. Geklaut bzw. gelernt habe ich sie von Andrea Spina, der Mobility-Guru mehr oder weniger. Ja, mit dieser Übung kannst du sehr, sehr gut quasi deinen Overhead Reach, die Fähigkeit den Arm über Kopf zu bringen, verbessern, was dir extrem im Handstand weiterhelfen kann. Zum anderen ist ein Stichwort auch noch das Thema Rundrücken. Wenn du mit dem Rundrücken geplagt bist, hilft dir das hier auch ziemlich gut nochmal ein bisschen dich zu öffnen und deine Rückenmuskulatur besser zu aktivieren. Was brauchst du dafür? Am besten nimmst du dir zwei Handtücher oder drei oder je nachdem, wie viel du brauchst. Ich nehme jetzt hier einfach mal so eine Pratze und ein gefaltetes Handtuch, um da meine Stirn gleich ein bisschen aufzulegen. Bevor ich jetzt voll in die Position gehe, möchte ich dir einfach nur noch kurz sagen, wenn ich jetzt gleich sage, das Becken aufrichten, dann will ich, dass du deinen Po so hart du kannst anspannst und dein Becken aus dem Hohlkreuz rausdrehst, also den unteren Rücken weg vom Hohlkreuz. Die Bewegung hier. Und dich dort stabilisierst, dass wir gleich den unteren Rücken mit rausnehmen und auf jeden Fall sicherstellen, dass wir schön aus der Schulter arbeiten. Okay, ich lege mir jetzt diese Pratze hier unter den Brustkorb. Meine Stirn lege ich auf das Handtuch. Und jetzt hoffe ich, man hört mich noch einigermaßen gut. Gut, mit den Ellbogen gehe ich nach vorne und tue einfach so, als ob ich hier eine Stange festhalte. Ich will aber hier trotzdem beweglich bleiben, deswegen gibt es hier nichts in die Hände mit rein. Und von hier aus nochmal, so gut du kannst, Becken aufrichten, Po schön feste anspannen, dass hier das Hohlkreuz verloren geht. Ein bisschen leichter ist, wenn du die Beine ein bisschen öffnest. Wenn du tatsächlich aber eher Richtung Handstand unterwegs bist, könntest du die Beine auch ein bisschen schließen, weil das ja tatsächlich dann eher auch die Handstandposition ist, die du später brauchst. So, zurück in die Übung. Von hier aus, ich versuche nochmal das Mikro ein bisschen frei zu spielen. Von hier aus, Po schön fest, Becken nach hinten gekippt und versuche die Ellbogen, so gut du kannst, vom Boden wegzuheben. Halt hier für fünf Sekunden und dann probieren wir, den Arm rauszudrehen und hinten nochmal die Schulterblätter zusammenzupressen und den Arm so weit du kannst, hier nach hinten zu ziehen. Also ich will alles rausholen, nicht so ein bisschen so, ja, das mache ich ganz entspannt, sondern wir wollen in die Endrage rein, wir wollen so hart, wir können in jede Position ziehen. Ich ziehe nach hinten, halte hier für fünf Sekunden und arbeite mich wieder nach vorne. Ich gehe mit dem Ellbogen nicht auf den Boden, ich ziehe so hart, ich kann trotzdem in die Richtung, der Po bleibt fest. Fünf Sekunden hier, rausdrehen, Ellbogen nach hinten. Schulterblätter zusammenpressen, fünf Sekunden hier und wieder der Wechsel hier vor. Eine Kleinigkeit hier ist noch, dass du auch versuchst, dein Oberarm so gut du kannst in die Außenrotation zu bringen. Das ist natürlich auch nochmal eine Schwierigkeit, dass du nicht hier bleibst, sondern dich so extrem, du kannst auch hier reindringst und trotzdem den Ellbogen nach oben bringst. Zehn Wechsel, also in jeder Position, fünf Sekunden halten. Das Ganze für zehn Mal, dann brennst du da hinten ganz gut und dann wirst du direkt merken, wie es dich hier vorne ein bisschen aufrichtet, weil die Muskulatur auf der Vorderseite, beziehungsweise auch der Latissimus, der große Rückenmuskel relativ gut loslassen und die Rückseite, also die Muskulatur hinten an der Schulter und im Rücken so aktiviert wurden, dass da auch gut Spannung entstanden ist. So, viel Spaß mit der Übung. Wenn sie dir gefällt, bitte Daumen nach oben für das Video. Abonnier uns, falls du noch nicht getan hast. Nach dem Abonnieren auch am besten immer die Glocke drücken, dass du halt informiert wirst, wenn wir ein neues Video hochladen. Hier unten kannst du auf Instagram vorbeischauen. Und hier drüben gibt es zwei unserer letzten Videos. Ich bin wieder raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.